Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien und Darius Untergang wird jetzt hier Gefährten das Herakles ein bisschen in den Boppe stechen das habe ich jetzt nicht gesagt aber vorher finde ich doch wissen die haben wir jetzt nicht diesen bonus wir haben noch nicht den bonus dass sie guten gute moral bei nachtgefechten haben gut der bekommt noch was hier ich lasse das oben noch mal eine runde so stehen und so und dann habe ich ja nächste runde 2 von den äh Türmen parat so der bekommt noch was der ist 33 ein kleiner Jungspund der bekommt jetzt äh ja machen wir Philosoph oder was kann er denn als Angst einschüchtern das doch dann keine Philosoph oder auch wenn die Schlacht ja komm wir machen eine Philosoph so genau der wurde ein bisschen ausgebremst der da Bürgerkavalerie ist jetzt nicht so das geilste wir können Elefanten holen so Kavis Kavis ist da oben Agentensturz das könnten wir machen dass wir sie dann nach hier drüben schicken und Agentenstürzer machen dann schauen wir mal weiter dies ist ein Zeichen erreicht sehe ich nicht so ähm genau äh noch kurz die die letzte Folge nicht dabei waren äh die nicht angeschaut haben wir haben jetzt äh gesagt oder ich hab gesagt ähm das Prozent Alexander bevor er nach Indien wollte ähm ja wollte er nach Norden also komm mal komm mal komm mal komm mal lass das lass das lass das zeig ich doch lass das nein ach gut ich spreche das Wort aus das ein ja schön für dich ähm genau also Indien war ja äh also unter anderem Indien war der Untergang von äh Alexander nicht wegen den Armeen die hat er alle besiegt ähm sondern wegen äh den Tieren und äh dem Wetter das hat äh da waren seine Leute nicht mehr ganz so wild darauf also die haben ja ein ja singelndes Sinne das muss noch ein Prozent ähm genau was sollte ich jetzt sagen genau äh in jedem war ja so die der Untergang von von Alexander den Großen und warte was die sagen ich schaff das nicht warte mal wieso sollte ich das nicht schaffen verlegen das hat keine Mauern und gar nichts come on das schaffe ich dann sehen wir diese Runde vielleicht zwei ähm äh zwei äh Dinger zwei Belagerungen beziehungsweise das ist ja keine Belagerung ähm die Diener des Charon Charon gut äh ich muss versuchen so schnell wie möglich hier reinzukommen oder muss ich nicht also will ich weil dann ist äh das äh sehr viel einfacher es nähert sich feindliche Unterstützung so wo denn von da okay passt dann können wir schon mal die zwei hier hier aufstellen die oder die Aufblüten! Hör rein! So. Warte, ne, ähm, die gehen jetzt hier hin und die kümmern sich darum. Unser General wird angegöfen. Dann sparen wir der. So. Passt alles. Die da gehen noch da. Die gehen kurz mal noch da. So. Die stellen sich da auf. So. Nicht mehr schießen, bitte. Wollt ihr die Meierl töten? Vielleicht. Ich reite mal nach hinten raus, damit ich ein bisschen scoute. Also, falsche Zeit. Nach hier hinten. Der ist ja immer noch da. Was ist denn los, Mutter? Ich bin bereit. Ja, Kommandantin. Schnell! Wildkopf! So für die Geschwindigkeit! Schnelles Verschieben! Schneidet sie in Stücke! Wir sind bereit! Auf Wiedersehen! Das ist, glaube ich, dann die zweite Armee, oder? Ich biete dir den Teufel! Nein! Ah, komisch. Sobald die Kampagne schießen. Sobald die Kampagne schießen, muss ich jetzt marschieren. Bereit. Zu Befehl. Steinschleuderer. Weg zum Einsatz. Schnell. Makedonien. Auf Flieten. Auf sofort eine Palanche. Ich reite mal außen rum und sag mal kurz Hallo. Speerinfanterie zu eurem Dienst. Auf Flieten bereit. Doppelte Geschwindigkeit. Ist so lustig, wenn ich so reite, kommen die nicht her. Also rennen die nicht weg. Aber wenn ich jetzt so mache, dann sofort. Und jetzt nicht mehr? Alter, die beiden entkommen halt, ne? Ist äh... Schon sehr amüsant. Not. I'm not amused. I'm not amused. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ähm... Wie. 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 So, jetzt hab ich dich. Die feiten halt immer noch seit seiner Tränen. Hä? So. Oh. Ja, das war alles. Ja, irgendwie war das hier nicht so toll. Ja, das war schon ziemlich gut gemacht mit den Brunschützen. Das war schon sehr gut. Okay. I have to say and admit. So. Die können halt hier auch nicht hingehen. Obwohl hier alles frei ist. Bisschen ultra dämlich. Dann hämmern wir da mal schön rein. Mal schauen, ob er sich umdreht. Ja, natürlich ist er nur die Hälfte mitgekommen. So, ihr hört mal da auch. So. Also, ja. Der feindliche General ist tot. So. Gut. War auf jeden Fall nicht, äh, mein bestes Ding. Der hat nur 12 gekillt. Das war der, glaub ich, auf der rechten Planke, ganz vorne. Der hat, ja, 5, 6. Mhm. Das können auch fast nur die, ähm, ja, das können fast nur die Pigniere. Also ich hatte nur, ähm, eine Einheit, die mal mehr gemacht hat. Und zwar waren das, ähm, Streitwegen. Die einfach durch, äh, durch die gegnerischen, durch die gegnerischen, äh, Fernkämpfer gerollt sind. Die haben, glaub ich, die hab ich nur am Schluss eingesetzt. Und die haben knapp 800, glaub ich, ähm, allein getötet. Also, das war, das war auch echt heftig. Gegen den Shake, zum Beispiel, hab ich, äh, auch mal einen Streitwagen eingesetzt. Da hat er, ähm, da hat er, ähm, ein, äh, so ne Invasion, äh, Armee, äh, nicht aufgestellt, sondern, äh, gekämpft hier unten. Äh, das war, glaub ich, äh, Kusch. Und, ähm, genau, da bin ich auch mit dem Wagen, äh, ganz zum Schluss, ähm, ähm, bin ich dann, äh, durch die, äh, Fernkämpfer durch und, ja, es, es war einfach krass. So, es, es war ziemlich heftig, ähm, wie viel man in so kurzer Zeit, äh, töten kann. So, dann würde ich sagen, Nachtgefecht, here we go. Dann wird es, äh, dieses Mal ein bisschen, äh, längere Folge, wahrscheinlich dann so 30, 40 Minuten. Äh, 30, nee, nee. Wir sind ja jetzt schon bei 20. So, ähm, ja, das, äh, das ist, äh, hier eine interessante, äh, blablabla. Eine interessante Schlacht. Nebel auch noch. Nee. Ich will trocken. Aufstellung starten. So. Der hat mir schön das, also, äh, das da ist halt extrem, ja. Also, äh, hier werde ich, äh, hier ist wahrscheinlich sehr viel verlieren. Ähm. Okay. Ich werde mich hier aufstellen, weil hier habe ich, äh, gleich schon die Möglichkeit, zwei, ähm, zwei Punkte einzunehmen und ich, äh, kann mich hier aufteilen. Also, eine Leiter hier, eine da, zwei da. So. So. Äh, die ganze Armee bitte, äh, hier hin. Hä, wieso habe ich, äh, für Einkauf-Kavallerie? Ne. Ähm. Ähm. Genau, ihr lasst das mal los. So, also, die Leitern mit den, äh, ich hab hier, ich hab hier so viel. Genau, die da werden hier hin. Eine Leiter nach da. Eine Leiter nach da. Und, äh, zwei Leitern. Zwei Leitern. Kann man auch noch hier. So. Die Bogenschützen werden das natürlich unterstößt ihn alles. Gut, der hat, äh, neuer Aufschwung, das ist, äh, sehr wichtig, werde ich, äh, öfters gebrauchen. Wieder sind da. Ah, okay. Königliche Fälscher, zu euren Diensten. Erstehen unsere Feind auf ihren Mauer, die glauben sich nicht sicher ein. Sie blicken auf uns heran, meine Mama. Seid die, meine Mama. So. Dann wollen wir mal schauen. Weil der hat seine komplette Armee auf die Mauer getan, was auch sehr selten ist. Ah, das ist, das ist gemein, dass er hier auch noch eine Balliste aufstellen kann. Aber, warum er hier keine aufgestellt hat, weiß ich auch nicht. Und hier hätte er auch, also, da habe ich zum Beispiel, äh, gar nicht drauf geachtet, aber das hätte er wirklich machen können. Und sollen. Also, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ballisten. Oder 6, äh, ähm, Fernkampf, äh, Artillerie, meine ich. Äh, da hätte er hier zwei hin tun können. Hier, das ist richtig. Hier, das ist richtig. Und da. Also, 1, 2, 3, 4. Und da bin ich hier oder so. Ah, ja. Der hat quasi jetzt nur seine... Ich mach halt einen brennenden Schuss, weil, äh, auf den Zinnen treffe ich sowieso kaum was. Das ist kein Problem, dass ich kaum Schaden mache. Ähm, aber, äh, dadurch, dass, äh, es ein brennender Schuss ist, äh, tue ich der, ähm, durch der Moral so oder so ein Damage. Und das ist gut. So. Dann schauen wir mal, wie wir sowas dann aussieht. Ah, der, der macht uns so einen Platz frei. Das ist gut. Oh. Der brennt schon. Na dann. Raus da. Band. Ja, cool. Dann bin ich also gelandet. Asler ist gelandet. Äh, hier sind viele. Die Schosser bereit zum Einsatz. Hintz in Teirol. Königlich im Heldhassen. Nahkampftruppen. Die Makedonier sind bereit. Schildträger. Müge Hades sich unsere Feinde holen. Bereit zum Einsatz. Stopp mit der Geschwindigkeit. Aufblicken. So, die müssen versuchen. Äh, die, die sind sehr, sehr, ähm, die haben sehr gelitten, gelitten darunter. Schildträger. Oh, wie das aussieht, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Aber wir brauchen mehr. Auch die Bären. So, die ist es. Soweit sind keiner. Schrauben? Wir brauchen mehr. Erlösung für seine Herzen. Oh. Aber hier sind die Bären. da kommt Infanterie bereit willst du nicht runter? wahrscheinlich nicht doch, derzeit dann kommt auch da rüber, weil hier ist es gerade sehr gut so gut, den habe ich angenommen, das ist super jetzt gehe ich mal mit meinen da hoch und mache ihm mal Feuer unterm Arsch das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut ne So, warte. Oh, der ist jetzt da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Du kommst mal schnell dahin. Du wolltest nicht weiter. Von wen denn? Von irgendwen dahinten. Mhm. Oh, jetzt können wir... Oh, warte. Hat er noch die Elefanten? Ja. Da können die mal auf die Elefanten schießen. Ja, ne. Braut's eigentlich nicht mehr. Königliche Feldtasten! Die Männer wanken! Scheldträger! Kommandant! Bereit! Kyrie! So. So. Königliche Feldtasten! Königliche Feldtasten! Nachkampfgruppen erwarten Befehle! Zurück! Zurück! So. Warte, das brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Warte, was machen die denn da? Egal. Dann, äh, schlagt mal auf, äh, den Dingen. Auf den Turm und dann wieder zurück. Ja, das gehört jetzt uns, das Turm. So. Und somit kann meine Kavallerie rein. Wir haben die Tore eingenommen! So, hier hinten ist es immer noch, äh, relativ, so. Immer noch, äh, alles andere als klar. Ah, hier sind Elefanten. So, die Ferienkämpfer gehen jetzt hier hin und schießen da drauf. Na, Kampfgruppen erwarten Befehle! Königliche Feldtasten! So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Atem! Ach komm, wir haben es doch jetzt, äh, schon geschafft. Wir haben es doch jetzt, äh, geschafft. Die Makedonier sind bereit! Königliche Feldtasten! Königliche Feldtasten! Gefeier, sie sind bereit! Gefeier, sie sind bereit! Ich muss den eigentlich jetzt nicht in Raserei bringen! Weil, ähm, ja, er hat hier ja keine feindliche Einheit mehr. Gefeier, sie sind bereit! das heißt er wenn er in der raserei kommt dann trampelt er meine eigenen männer rum also lieber er stirbt schnell die gesamte einheit ist umgekommen alter die idee die publiken sind so ziemlich ziemlich schnell gestorben aber hier also man man muss auch sagen dass hier inhalt sehr viele von ihnen die wollen halt wirklich fokussiert die armen hier ging es auch schon sehr früh los und die anderen also die in den türmen das ist halt überhaupt kein problem gut wir haben 800 verloren also über die hälfte nicht über die hälfte aber ja genau die idee hopliten sind alle tot die scheldträger naja hier getötet 400 ich habe verluste 800 tja aber nach gefecht ist knappe niederlage ersparen dass da machen wir das da draus und werden dann ja ob lieben kauf ich mir dann das nächste gut danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen um das Bis zum nächsten Mal.